Wie Sie sehen, es gibt ganz viele Fragen rund um das Thema Schüßler-Salze. Mein Name ist Nadine Jens, ich bin Moderatorin aus dem Raum Bochum und wenn es um Schüßler-Salze geht, ist er der Experte, Uwe Siebler. Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich bin seit über 30 Jahren Heilpraktiker und beschäftige mich da hauptberuflich mit Schüßler-Salzen und deshalb werde ich mich bemühen, all Ihre Fragen zu beantworten. Sie haben, glaube ich, sogar Bücher geschrieben zu dem Thema. Ja, zwei in der Zahl. Aha, wie heißen die? Kittich-Salze und biochemische Reflexzone. Okay, ich würde sagen, schalten Sie ein, wenn es heißt Schüßler-TV!